willkommen zu meinem dritten video das war das ist die maschine zielscheinmaschine ich habe sie verbessert ich sag jetzt mal wie die funktioniert habe ich nämlich im ersten video nicht gesagt hier denken jetzt ein paar wenn man da was geben wird so wie diese schaufe dann ist da irgendein knopf und der löst das aus stimmt nicht weil da konnte ich ja nicht laut klatschen das kann ich aber bei diesen maschine schon das geht darüber hier ist ein lautsprecher und den das ist eigentlich aus diesem katalog gemobst aus diesem heft habe ich es genommen davon geht doch jetzt 1 und 2 noch und zwar hier die maschine diese schaltung hier habe ich verwendet und zwar habe ich verbessert hier ich habe es auch gesagt das licht hier geht jetzt alleine von alleine an das war es schon das erste video von der zielscheinmaschine nicht geguckt hat der sollte das unbedingt mal gucken weil dann besteht noch mehr bis zum nächsten mal